Du machst es entweder ganz oder gar nicht. Ich meine damit, dass du mit dem Singen aufhören musst. Und sogar der Fahrersitz war eine Schüssel aus purem Flacheisen, von Löchern durch Sieg, durch die das Regenwasser ablaufen konnte. So ein Gerät hatte man noch nicht gesehen, so ganz aus Eisen, ohne anderes Material, das war neu. Zwei Spuren meldte er durch den grünen Obstgarten, eine hinauf. Heiliger, Herr Unterkotz, bitte. Warum weiß ich nicht, was der deutsche Wehrmacht-Zolland in Frankreich und Russland tat, der mein Vater war. Hm? Was man sich selbst nicht hinterfragt wird, das kann auch einander nicht wahrgenommen werden, das weiß ich, von mir selber. Aber ich gehe hin zu dem Lederjäger. Ich frage ihn und Sie fangen hier an, wenn es Ihnen recht ist. Und recht war das dem Victor dann schon. Ich halte den Sturm gerne schon. Verstehen Sie das? Nein, das verstehe ich nicht von Herrn Zwitter. Ich wäre ja schon froh, wenn die Eberesche den Sturmstand hält. Der unfreie Mensch, der für das Nichtstun überhaupt nicht geeignet würde, zeigte nur im Joch der Unterdrückung. Sollte ich euch froh, dass es wie ein Kabel wünscht ist? Ja, mach's nochmal vor. Ja, mach's nochmal vor. Untertitelung des ZDF, 2020